Hallo zusammen, willkommen zu unserer Sendung, die Stunde der Wahrheit. So, wie ich das immer sage, in der Stunde der Wahrheit geht es um die Wahrheit aus der Bibel. Es geht um Joshua, Maschia, unser Herr und unser Elohim. Amen. Wir sagen zurück zum Wort, zurück zu Joshua. So, wir machen weiter mit unserer Serie Falsche Lehre. Wir hatten letztes Mal über die Kindertaufe berichtet und heute möchte ich weiter mit dem Thema Gebeten an die Heiligen. Halleluja. Es gibt also Menschen, die, also Gebeten an die Heiligen und auch an Zwischenmenschen. Genau. Gebeten an die Heiligen und sogenannte, also Zwischenmenschen. Halleluja. Heiligen überhaupt. Also, die Bibel sagt also, sei heilig, also wie unser Herr, unser Gott heilig ist. Heilig in der Bibel, auf Hebräisch, das ist dieser Begriff also Kodesh und auf Griechisch, nicht Latein, Entschuldigung, Griechisch Hagios. Das bedeutet einfach, ausgesondert sind im Tempel zum Beispiel, gab es also Werkzeuge, gab es also Sachen, die für den Herrn ausgesondert wurden, Sachen, die beiseite gelegt wurden für den Herrn. Man nannte, man sagte, die waren heilig, wie der Tempel ist heilig, weil das also für den Herrn ist. Es ist ausgesondert, es ist beiseite gelegt, ausgesondert. Halleluja. Und wenn wir sagen, wenn da steht also, dass die Leute gebeten, die beten, also die Heiligen, das bedeutet für sie sind diese Menschen ausgesondert. Die wurden so beiseite gelegt und bla 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 und erhoben. Also, wir machen diese ganze Serie, ihre Lehre oder falsche Lehre, damit die Menschen, damit wir alle einfach verstehen, wo wir wirklich, wirklich unsere Rettung bekommen, wirklich unsere Hoffnung haben. Weil die falsche Lehre bringen die Menschen, bringen viele falsche Hoffnungen zu bekommen. Aber die Bibel sagt, wer die Wahrheit erfährt, die Wahrheit wird ihn freimachen. Halleluja. Und deswegen sagen wir, zurück zum Wort, zurück zu Joshua Maschia. Wer die Wahrheit erfährt, weil die Bibel sagt, dass dein Wort ist die Wahrheit. Das Wort Joshua Maschia ist die Wahrheit. Und die Bibel sagt, heilig, heilig, heilig ist unser Herr. Heilig bedeutet einfach ausgesondert, heilig bedeutet beiseite gelegt für den Herrn, damit unser Herr erhoben wird. Halleluja. Also, gepriesen sei unser Herr Joshua Maschia. Halleluja. Die Bibel sagt, in 1. Korinther Kapitel 6, Vers 11, wo ist das nochmal? Genau. Und solche sind etliche von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen. Ihr seid geheiligt. Halleluja. Also, heilig sind also alle, es geht um alle Christen hier. Ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. Halleluja. Also, die Menschen, die geheiligt wurden, die Heiligen sind Menschen, die den Herrn Joshua Maschia als Herr angenommen haben. Und die als Herr angenommen haben, die haben den Geist des Herrn, der Heilige Geist bekommen und leben nach dem Wort des Herrn. Diese Menschen sind die Heiligen. Halleluja. Halleluja. Und deswegen sagen wir, dass alle Christen, alle Kinder des Herrn, alle, die Joshua angenommen haben, sind die Heiligen. Halleluja. Laut der Bibel. Halleluja. Und immer noch, immer noch in 1. Korinther Kapitel 6, also wenn man da so weiter geht, also ganz unten, Vers 19, da steht, Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geists ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört, Halleluja, beiseite gelegt, ausgesondert für den Herrn. Das heißt, alle Christen, alle Menschen, die Joshua Maschia angenommen haben, sind die Heiligen. Halleluja. Halleluja. Keine besondere Mensch, keine irgendwelche Sanctus, Sanct Martin oder Sanct, keine Ahnung. Wisst ihr, Sanct bedeutet, kommt also aus dem griechischen Begriff, nee, lateinischen Begriff, also Sanctus. Einfach heilig. Und diese Menschen, man legt also ein Sanctus vor, ihren Namen, Sanct Martin, Sanct Joseph, Sanct Petrus, Sanct irgendwas, und, 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 und. Und das Schlimmste noch, wir beten diese Menschen an. Die beten, also viele beten diese Menschen an, die statt direkt zum Herrn zu gehen, nee, die gehen über diese Heiligen. Für bestimmte Gebetsanliegen gibt es bestimmte Heilige dafür. Puh, Wahnsinn. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Liebe Geschwister, zurück zum Wort. Zurück zu Joshua Maschia. Zurück direkt zu Joshua Maschia. Das Thema heute ist also Gebete an die Heiligen oder zwischen Menschen. Oder zwischen Menschen. Wir suchen immer zwischen Menschen. Wir suchen immer diese sogenannten Menschen, die heilig für uns, so groß, so, keine Ahnung, so gesalbt und, keine Ahnung, Wahnsinn. Denn, obwohl alle Christen, alle, die Joshua Maschia angenommen haben, heilig auch sind. Halleluja. Halleluja. Ja, die Bibel sagt, das ist ganz klar. Die Bibel sagt, das ist ganz klar. Und warum wollen wir immer diese Zwischenmenschen haben, wenn wir ganz klar wissen, dass diese Menschen uns, also, nicht die Retter sind. Wir wurden geheiligt durch den Geist des Herrn, durch Joshua Maschia. Die Bibel sagt, das ist unser Heil von Joshua Maschia kommt. Nehmen wir die Bibel in Apostelgeschichte. Apostelgeschichte, also es ist Apostelgeschichte Kapitel 4. Halleluja. Halleluja. Kapitel 4, also Vers 12, da steht, da steht also Vers 12. Vers 12, und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Kein anderer Name. Kein anderer. Und wir suchen immer sogenannte Heilige, sogenannte Menschen. Zwischen Menschen. Und wir legen sie also in der Mitte, wir reden mit diesen Leuten. Heilige Petrus, Heilige Markus, Maria oder Bischof so oder keine Ahnung. Pastor, keine Ahnung. Brannams, ja genau, es gibt Leute, die beten sogar Brannams, also Brannams an. Brannams ist also ein Zwischenmensch geworden. Oh, Joshua Maschia. Zurück zum Wort. Zurück zu Joshua Maschia. Die Bibel sagt, dass unser Heil von Joshua Maschia, von Joshua Maschia kommt. Es gibt keine anderen Namen. Keine anderen Namen. Warum? Wieso sprichst du immer nur zu Maria? Wieso sprichst du immer nur zu Sankt Josef oder Heiliger Petrus? Warum machst du sowas, wenn die Bibel uns sagt, dass es keinen anderen Namen gibt? Keinen anderen Namen gibt, also unter dem Himmel, unter den Menschen gegeben wurde. Nur Joshua Maschia, wo wir unser Heil bekommen. Halleluja. Halleluja. Die Bibel sagt auch in Johannes Kapitel 14. Oh, Johannes Kapitel 14. In Johannes Kapitel 14. Ich bin der Weg. Das kennen wir alle, das haben wir schon so oft gehört. Johannes Kapitel 14, Vers 6. Die Bibel sagt hier. Oh, Jesus spricht zu ihm. Sprich zu ihm. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Halleluja. Warum betest du zum Heiligen? Wieso suchst du irgendwelche Sanktus oder sowas, Sanktus Leute? Wieso suchst du irgendwelche Zwischenmenschen? Komm direkt zu Joshua Maschia. Er ist der Weg. Er ist der Weg. Er sagt, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wieso willst du zu der Mutter, zu irgendwelchen Menschen reden? Wenn es da so ein Problem gibt, sprich zu Joshua Maschia. Geh direkt zu ihm. Ich bin der Weg, sagt er. Halleluja. Halleluja. Es gibt keinen anderen Weg. Joshua Maschia. Joshua Maschia ist sogar unser, die Bibel sagt, er ist sogar unser Fürsprecher. Oh, oh, Halleluja. Oh, Halleluja. Halleluja. Nehmen wir unsere Bibel. Oh, die Bibel sagt also, er ist unser Parakletos. Unser Anwalt. Halleluja. Oh, 1. Johannes. 1. Johannes. Oh, Joshua. Joshua Maschia. Joshua Maschia. Halleluja. 1. Johannes Kapitel 2. Meine Kinder, Vers 1. 1. Johannes Kapitel 2, Vers 1. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist das Sündenopfer für unsere Sünden. Aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt, unsere Fürsprecher, unsere Sündenopfer. Kein anderer Mensch. Nur Joshua Maschia. Darum sagen wir, zurück zum Herrn. Zurück zum Joshua Maschia. Zurück zu seinem Wort. Nicht die Zwischenmenschen. Nicht irgendwelche Heilige. Diese Heilige sind nicht unser Retter. Die sind Menschen, genauso wie wir. Halleluja. Halleluja. Durch diese falsche Lehre, Gebete an die Heiligen. Die lassen viele Menschen die sogenannten Totenbeschwörungen zu machen. Die Nekromanzieher reden mit toten Menschen, Dämonen. Das ist eine Sünde. Die Bibel sagt, das ist eine Sünde. Die Leute, die die Totenbeschwörungen gemacht hatten, die mit Toten geredet hatten, wurden also in der Bibel gesteinigt sogar. Es ist eine Sünde. Tu das nicht. Diese falsche Lehre bringen die Leute, fessen die Leute an falsche Hoffnungen. Falsche Irrlehre. Oh, Joshua. Zurück zu Joshua Maschia. Zurück zum Wort. Warum wollen wir so? Nach dem Tod gibt es nichts mehr. Gibt es nichts mehr. Die sind gestorben. Und dann weg. Wenn ihr so mit falschen, mit toten Menschen spricht, wenn ihr so mit dieser sogenannten Totenheiligen spricht und hört etwas, das sind Dämonen, weil die Bibel es sagt. Die Bibel sagt ganz klar, oh, nehmen wir Sprüche. Oh, Sprüche, Sprüche Kapitel, oh, Joshua Maschia. Joshua Maschia. Ne, Prediger. Es ist Prediger. Prediger Kapitel, Kapitel, Kapitel 9. Prediger Kapitel 9. Sehr berühmter Vers auch. Halleluja. Prediger Kapitel 9, Vers 10. Halleluja. Alles, was deine Hand zu tun vorfindet, das tue mit deiner ganzen Kraft. Denn im Totenreich, in das du gehst, gibt es kein Wirken, also Werken, Wirken mehr und kein Planen, keine Wissenschaft und keine Weisheit. Nichts mehr, gar nichts. Ihr erwartet was also von toten Menschen, Menschen, die schon tot sind? Heilige Petrus, Heilige Josef, Heilige, Heilige, diese Heilige, die sind tot. Tot, tot, tot. Und dann wollen wir, in Nigeria ist also jemand, also ein sogenannter Pastor oder Prophet, also gestorben. Heute gehen die Leute zu seinem Grab und versuchen also irgendwelche Salbungen, also von seinem Grab zu bekommen. Götzendienst, nennt die Bibel. Das ist Götzendienst. Zurück zum Wort, zurück zu Joshua Maschia. Irrlehre, falsche Lehre, Gebete an die Heiligen. Gebeten an diese Zwischenmenschen. Oh. Joshua Maschia. Joshua Maschia. Ich zeige euch also, was die Bibel überhaupt sagt. Wer sind überhaupt die Heiligen? Die Heiligen sind wir. Das können wir, das können wir, also in, oh, welche, guck mal, also in, in fast alle Briefe von, 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 von Paulus. Ich werde da so da enden. Fast alle Briefe also von Paulus hat er immer so begrüßt, ganz am Anfang. Römer, nehmen wir also 1. Korinther, 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 1. Nehmen wir immer, immer die erste Verse. Paulus, berufene Apostel Jesu Christi, durch Gottes Willen und Sosten der Bruder, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, an die Geheiligten in Christus Jesus, die Geheiligten, die Heiligen, die Geheiligten in Jesus Christus, an die berufene Heiligen. Heiligen, das steht wieder hier, an die berufene Heiligen. Diese Christen in Korinther, die Leute, die an Jesus geglaubt hatten, diese Leute wurden also Heiligen benannt. Also nehmen wir noch 2. Korinther auch. Nicht nur, wir können also 2. Korinther nehmen, wieder Kapitel 1, Vers 1. Ganz am Anfang, Paulus, Apostel Jesu Christi, durch Gottes Willen und Timotheus, der Bruder, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, samt allen Heiligen. Die Gemeinde, die Leute, die dort waren, waren die Heiligen, die in ganz Hachaja sind. Und Halleluja, 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 wollen wir weitermachen, wollen wir weitermachen, wir können noch, noch weiter, noch, 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 viele, also in Galater, ich weiß nicht, ob wir Galater hatten, dass er das auch erwähnt. Ne, ne, nehmen wir nächste, Galater nicht. Es gibt Epheser, genau, Epheser Kapitel 1, ganz am Anfang, Paulus, Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes, an die Heiligen und Gläubigen in Christus Jesus, die in Ephesus sind. Alle Christen sind die Heiligen. Halleluja. Sollen wir weitermachen, sollen wir weitermachen, stopp, stopp. Hört jetzt auf, mit sogenannten Heiligen, Petrus Heiligen, keine Ahnung zu reden. Die sind Christen, genauso wie wir. Philippa Kapitel 1, wir können noch, also Philippa Kapitel 1, also das letzte Beispiel. Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christus, an alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind. Halleluja. Alle. Alle Christen sind die Heiligen. Also, Schluss damit. Schluss mit diesen sogenannten Gebeten an die Heiligen. Komm zurück zu Joshua Maschia. Direkt zu ihm. Direkt zu Joshua. Keine Zwischenmenschen mehr. Keine sogenannten Heiligen mehr. Nichts. Geh direkt zum Herrn. Joshua Maschia ist unser Herr, unser Elohim, unser Gott. Halleluja. Unser Retter. Halleluja. Herr, danke. Danke für alles, was du tust in unserem Leben. Du bist der Weg, du bist die Wahrheit, du bist das Leben. Du bist unser Fürsprecher, Joshua Maschia. Halleluja. Du bist unser Anwalt, unser Retter. Ah, danke, Herr. Und wir sagen, zurück zum Wort, zurück zu Joshua Maschia. Amen.